Drei Sonnen sah ich am Himmel stehen, hab lang und fest sie angesehen. Und sie auch schlachten da so stier, als wollten sie nicht weg von mir. Und da war dieses Gleisen um uns. Wir standen inmitten des Schnees. Ohne Dunkelheit, ohne Nacht. Die anderen waren dahinter. Hinter dem Schnee, hinter den Gleisen. Nur wir waren real. Ich sag dir was, du bist meine Mainz, okay? Danke. Siehst du, dann werd ich da sein. Arbeit als den Hintermann. Und was mache ich, wenn er Hilfe dabei hat? Pusten wir dir die Scheiße aus den Möhnen. Dann pusten wir dir die Scheiße aus den Möhnen! Mein Schauspiellehrer hat mir diese Sprechübungen aufgebrummt. Mit Schrecken hörte ich den Lärm, das Getöse der rasselnden Bank. Mit Schrecken hörte ich den Lärm, das Getöse der rasselnden Bank. Mit Schrecken hörte ich den Lärm, das Getöse der rasselnden Bank. Er sagt, trainiere deinen Mund. Dein Kopf ist ein einziger Resonanzkörper. Wie eine Stereobox. Nutze jeden Quadratzentimeter deines Kopfes. Du bist doch der Schauspieler. Ja? Spiel mal was. Jetzt? Mach schon. Was? Einfach zu verpriegt. Das ist der Käfig. Der Krieg fängt an. Passt gut auf. Ist da einer, dem meinen Befehlen nicht passt, Mann oder Frau oder etwas aus beiden gemischt, so nehmt es zur Kenntnis hiermit, es ist sein Tod. Attacke. Warum hast du ihn weggezogen? In 2.1. Nie mal in Alarmbereichschaft sein, Soldat. Wir sehen uns im Käfig. Das ist mein Favorit. Er hat ungefähr 10 Minuten gebraucht, es aufzuschreiben, weil er so fertig war von all dem Mafio. Da steht, sei ein Mann. Das ist alles. Sei ein Mann. Diesem Typ umfällt es an allem. Komm schon. Zeig mir, ob dein schratzer Gült erdreifft. Nie darfst du dich umschuldigen. Nie einen Haut von Schwäche zeigen. Du musst dir absolut sicher sein bei dem, was du tust. Hör auf niemanden. Sei aggressiv. Ich hatte nicht nur einen Vater. Die wechselten. Und gerne sich die alle erschlagen. Das macht schuldig. Die Gedanken werden Worte. Die Worte werden Taten. Und wenn ein Taten, machen dein Charakter. Gut ohne Böse gibt's nicht. Vielleicht seid ihr die bösen Menschen, ja? Vielleicht sind wir die guten Menschen. Und ihr seid die schlechten, niederträchtigen, furchtbaren. Vielleicht seid ihr die bösen Menschen. Und ich habt ihr nicht. Untertitelung des ZDF, 2020